so neue folge neues glück ja und wir stehen jetzt hier oben anstatt unten bei argus weil wo ich das spiel geladen hatte war wieder dieser ich nenne es mal bug wo im hintergrund diese italienische spanische stimme im dauerfluss geredet hat ja und ich wollte jetzt hier noch mal hoch und mit kletus reden die organ uns erzählten etwas von einer backup data sette das hat dich nicht zu interessieren du bringst mir goal und ich nehme dich mit nach elysium mehr haben wir nicht vereinbart wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere poesie alben nein ich brauche die backup data sette da muss ich dich enttäuscht die hilft nicht gegen mangelnde hirnkapazität ich brauche sie trotzdem und wozu wenn ich fragen darf die gibt bestimmt einen stylischen untersatzer aus natürlich was hast du getan ist dir implantat beschädigt keine sorge es geht dir gut ja ok super aber das implantat ist das implantat noch intakt ich glaub schon was heißt das du glaubst ohne goals implantat werde ich der pony ja nie verlassen können dann gib mir diese verdammte data sette damit ich sie endlich aufwecken kann ja ok fein hier hast du die data sette aber wenn sie wach ist bringst du sie unverzüglich hierher ist das klar und gnade dir gott wenn das implantat beschädigt ist du liebst sie wirklich oder so jetzt haben wir das was wir brauchen und jetzt kommen und theoretisch an an den august mit seinen august augen vorbei schmuggeln so glied ist kristin das mal habe ich mich wirklich halt wer da und was und die data sette na klar hier ist sie doch keine panik ich kann kaum was erkennen und überhaupt was lungern sie eigentlich so im schatten herum kommen sie hermann damit ich sie sehen kann seien sie doch bitte etwas höflicher sie vergessen dass wir alle für dasselbe ziel arbeiten voll sind im botschafter passieren je schneller er diesen rufus und damit die aufstiegskurz gefunden hat umso schneller können wir mit unserer mission fortfahren jawohl ich glaube dass der herr botschafter den ernst der lage sehr wohl verstanden hat er ist sich sicher bewusst dass er nur diese eine chance hat die aufstiegskurz wieder zu beschaffen und dass wir anschließend unsere eigenen methoden einsetzen werden das stimmt doch herr botschafter oder natürlich ja das war brenzlig ich glaube ich kann das kostüm jetzt hier lassen ich bezweifle ohnehin dass sie noch mal drauf reinfallen schade eigentlich so ich würde sagen wir gehen mal in den candy shop zu sie ist verschwunden die phospholare die ist ja kaum zu übersehen äh mal wieder taschen lang betroffen halten das hat ja bei unserer zuckerwarte auch geholfen aber erstmal habe ich noch was anderes vor ich will mal noch die sardelle in phosphor tauchen geht das das geht jetzt haben wir den köder der phosphor du mal anlöchtern ein löchtern den köder so und jetzt würde ich sagen wir folgen mal der phosphorspur taschenlampen einsatz ja sieht aber toll aus so die die spur und ich würde sagen phosphor action jetzt geht es wieder to the tower so und natürlich wieder auf die phosphorspur halten das sieht aus als ob sie zu dem zaun geschleift wurde hinter dem turm what the fuck ist das erst mal die phosphorspur weiter erleuchten nadelhaufen die hier hat respekt vor mir die nehme ich das ist gar keine nadel ich habe buchstäblich den strohhalm im nadelhaufen gefunden wer kann das schon von sich behaupten die 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 nadel im heuhaupen gesucht haben worris hope geht hören ein monster muss christoph verschleppt haben kein normaler mensch bekäme das mit bloßen händen auf kann ich hier mit mit dingens rein in den kabelschacht mein gott Hier ist ein Müllberg. Das ist ein Avialflansch. Oh. Ein echter Wal. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Und wir haben einen leuchtenden Köder dabei. Wohin Fischi Fischi. Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. Dummes Viech. Aber wir können weitergehen Rufus. Das ist doch das was wir wollten. Na los. Oh. Nervig. Zugesperrt. Kein Vertraut. Hier geht's wieder. Boah. Ist schon ein bisschen nervig. Wir gehen mal in den Kutter. Boah. Na, wen haben wir denn da? Ja. Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Bozo. Nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich bin kein Nerger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast. Doc? Was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus. Ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut. Das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwenden. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halte zurück. Dann gibt es auch kein Blut vergießen. Blut vergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Der Budo. Wie süß sie schläft. Du hast fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und eine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge. Sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar. Hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Bitteschön. Bitteschön. Ah ja. Und deine Diagnose? Ähm, die Batteries alle? Tja. Dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf eingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch gefordert, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Staub wischen. Geht das so? Goals Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Hm. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Duo wieder sauber. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundere dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Ohne Worte na. Ohne Worte. Da ruf es. So, ich denke mal. Oh, jetzt hat das Gedingse wenigstens ein Ende. Mit dem Schlüssel kriegen wir bestimmt die Truhe auf. So, offen. Der Schlüssel kann weg. Pff. Was haben wir denn da? Ach so. Eine Packung frische Tücher original verpackt. Pff. Was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja. Das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste. Und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lass ich mal drin. Du bist so blöd. Ähm, wir wedeln das erst mal ab. Der Wedel hat alles voll gestaubt. Und, ähm, oje. Fettfleck, da muss ich wohl nochmal... Staubig, staubig, fettig. Und wieder staub. Was denn? Staubig, fettig, staubig. Fettlöse. Uff, nicht gut. Was für... Was für... Die Drahtbürste auf Goals Bewusstseinschip nur im absoluten Notfall. Okay. Nur im absoluten Notfall. Eine ist okay. Was für eine Sauerei. Was denn? Noch mehr Fussel? Oje, hört jetzt gern gut. Dass ich noch einen Joker im Ärmel hab. Nein. Die Datasette ist schon schmutzig genug. Zeit für die harten Geschosse. Nein. Die Datasette... So gut wie neu. Ja, diese Katze da... Könnt noch woanders herkommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab zu nehmen. Wirklich unglaublich. Na ja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Äh, gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Äh, muss ja. Ne, da Rufus. Ein Kunde. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist... Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal. Und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Die Ponianer. Es ist also wahr. Die Ponianer ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Ja, und das Erklären, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Also, bis morgen und haut rein. Tschüss.